Sie ist tot. Verstehen Sie? Das tut mir ja, wie gesagt, auch wirklich sehr leid. Aber ohne Reise, Rücktrittsversicherung. Schreiben Sie die Tickets um. Sie können ja nicht so einfach... Ich zahle auf die Gebühr. Papa glaubt, wir können so weitermachen wie bisher. Alles ist so anders. Das war das Letzte, was ich zu ihr gesagt habe. Du alte Hexe. Bist du Satanistin oder so? Na ja, und dann wieder opfere ich auf dem Friedhof schon meine Katze. So, Frau Färber. Jetzt vor allem wichtig, wie Ihre Einstellung ist. Meine Einstellung zum Krebs ist feindselig. Das wird schon wieder, ne? Boah, jetzt ein Kaffee. Wusstest du, dass viele Leute in Afrika mit ihren Handys begraben werden? Falls man wieder erwartet, nach dem Tod noch erreichbar sein sollte. Bei da im Kino? Vielleicht. Ich soll mit dem Krebs reden? Hast du sie überhaupt geliebt? Ob ich sie geliebt habe? Guten Abend. Was hast du für ein Keks? Du hast mir ein Auto geklaut. Wenn du willst, dann klau ich dir die ganze Welt, Baby. Sie hat Schmerzen. Ich hatte auch schon richtig miese Phasen. Sie geht vorbei. Wenn es eine Lektion gibt, habe ich sie gelernt. Das Leben ist wie Feuer, es brennt und es wärmt. Das Leben ist hart, aber das nehme ich in Kauf. Zum Lägen von Scherm, zie. Die langsende Pfuss. Das Leben ist hart. Zum Lägen von Scherm, zie. Die langsende Pfuss. Zum Lägen von Scherm, zie. Die langsende Pfuss. Komm, komm, komm. Stell dir mal so weit. Untertitelung des ZDF für funk, 2017